Hallo, guten Morgen. Ja, ich wollte euch noch ein bisschen was darüber erzählen, über diese energetischen Familienaufstellungen. Hier geht es wirklich darum zu erkennen, was für Energie, also was für Information, was für Anweisung in unserem Unterbewussten noch von übernommen worden ist, in unserem Unterbewussten noch kreiert und manifestiert, was wir niemals bewusst gewählt haben. Und das ist so wichtig zu sehen, dass es sich hier einzig und allein um Energien, das heißt um unsichtbare Informationen handelt, die ausgeführt werden. Das ist uns nicht bewusst, das sind Überzeugungen, diese Informationen, das sind Annahmen, das sind Glaubensmuster, das sind aus der Familie weitergegebene Standards, Werte, Ansichten, Ratschläge, Handlungsanweisungen. Ja, und von denen haben wir meistens keine bewusste Ahnung. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das einfach mal auf den Tisch legen. Es gibt dann immer so einen Aha-Effekt, so, oh, glaube ich das wirklich? Das kann doch nicht sein. Und wenn du dann siehst, dass deine Mutter, dass deine Eltern, dass deine Großeltern, Urgroßeltern genau nach den gleichen Überzeugungen gelebt haben, genau nach den gleichen Werten gelebt haben, dann wird es dir sonnen, sonnen klar, woher der Antreiber kommt, warum du handelst, wie du handelst, warum du die Entscheidungen triffst, wie du sie triffst, warum du keine anderen Entscheidungen treffen kannst, obwohl es so notwendig wäre, anders zu entscheiden, anders zu handeln, dich auf andere Dinge einzulassen, damit du das bekommst, was du willst. Guten Morgen, hallo, ich spreche hier gerade über die energetischen Familienaufstellungen, weil es hat wirklich so eine Mega-Kraft und Macht, wenn wir mal erkennen, was im Unbewussten, Unterbewussten an Informationen quasi ihr Schinkluder treiben, ohne dass wir überhaupt wissen, dass sie da sind, wie sie wirken und so weiter und so fort. Es gibt zum Beispiel Frauenlinien, die haben immer wieder das gleiche Problem mit Männern und was könnte das sein? Das kann zum Beispiel sein, dass es eine starke Frau gibt, dass es eine Linie von starken Frauen gibt, dass deine Mutter eine starke Frau war, dass deine Urgroßmutter eine starke Frau war, gerade aus dem Krieg heraus viel erlebt haben, alles alleine machen mussten, immer auf sich selber gestellt waren und natürlich Werte, Ansichten, Normen an ihre Töchter weitergegeben haben, wie zum Beispiel, du musst alles selber machen, du kannst dich auf niemanden verlassen, wenn du dich auf jemanden verlässt, dann bist du verlassen, da draußen gibt es keine Unterstützung und so weiter und so fort, das sind alles so Sachen, Ansichten, die kennen wir. Und wenn die als wahr gehalten werden, wenn die tiefst, tiefst wahr empfunden werden, und zwar nicht im Kopf, nicht in der Logik, sondern in der unterbewussten Wahrheit, dann wird es nie sein, dass du dich auf jemanden einlässt, dass du dich von jemandem unterstützen lässt. Du wirst immer wieder deine Wahrheit produzieren und gleichzeitig wünschst du dir vielleicht doch einen Partner, der hinter dir steht, der für dich da ist, der bedingungslos dich unterstützt, aber gleichzeitig hast du eben solche Annahmen, solche Überzeugungen und dann wirst du bei keiner Möglichkeit in unserem energetischen Universum dahin kommen können, in so einer Partnerschaft zu leben, mit so einem Menschen zu leben, so etwas überhaupt anzunehmen, dass man unterstützt wird, dass man nicht mehr alles alleine machen muss, dass man jemanden an seiner Seite hat. Solange du solche Dinge nicht aufgedeckt und aufgelöst hast, wie diese Überzeugung, ich muss immer alles alleine machen, ich kann mich auf niemanden verlassen, ich werde immer nur ausgenützt oder ich werde benützt und so weiter und so fort, dann wirst du die andere Seite dieser Medaille, dieser Ansicht, dieses Lebensgefühls, wirst du nie erleben können, weil dein Verstand, deine Intelligenz, dein logisches Wesen, das wirst du nicht überzeugen können, dich nochmal auf jemanden einzulassen, wo du doch noch so die Angst und diese Skeptis führst und nicht die Vorstellung haben kannst, dass es tatsächlich so ist, dass dich jemand unterstützt, dass dich jemand liebt, dass jemand für dich da ist. Das wird nicht funktionieren. Und du wirst deinen Verstand niemals dazu bringen können, dich in diesem Denken zu unterstützen und zu sagen, Ja, lass dich doch nochmal auf jemanden ein. Ja, schau mal, der ist doch ganz nett. Ja, schau mal, der hat sich doch jetzt bewiesen. Und irgendwann mal, über kurz oder lang, wirst du deine unterliegende Überzeugung, dass du niemandem Vertrauen kannst, dass dich niemand wirklich unterstützt, dass niemand wirklich für dich da ist, wirst du im Außen wieder sehen. Weil das ist unser Universum. So funktioniert Manifestation. Wenn du glaubst, dass du jemand bist, der nicht unterstützt wird, der nicht liebenswert ist, weil deine Mutter das schon geglaubt hat, dass deine Urgroßmutter das schon geglaubt hat, deine Ururgroßmutter schon geglaubt hat und du nicht mal weißt, dass du dich darüber definierst, dann wird es dir halt im Außen so lange und so oft gezeigt, bis du die Schnauze voll hast, dass du immer wieder verarscht wirst, bis du die Schnauze voll hast, dass du immer wieder fallen gelassen wirst, bis du die Schnauze voll hast, dass niemand wirklich für dich da ist, dann bis du begreifst, dass es nicht die Wahrheit per se ist, sondern einfach deine Wahrheit, die du ungesehen übernommen hast, über Generationen und Generationen hinweg. So lange wirst du im Außen Menschen sehen, Situationen kreieren, werden Situationen entstehen, wo du immer wieder den Kürzeren siehst, wo du immer wieder derjenige bist, der auf sich alleine gestellt ist, wo du immer wieder siehst, dass es niemanden gibt, der dich wirklich und ehrlich unterstützt. Und das sind jetzt einfach solche Beispiele, aber da gibt es noch so viel mehr, von dem wir gar nicht wissen, was in uns aktiv ist, was in uns wirkt. Und in dem Moment, wo wir diese energetische Familienaufstellung machen und diese ganze Sache auf dem Tisch skizziert ist, wo das Ganze herkommt, weil dieses Verständnis da ist für unseren logischen, analytischen Verstand, wir das beobachten können, in dem Moment, schon allein in dem Moment transformiert das. Und zwar nicht nur für dich, sondern eben für deine ganze Ahnenlinie vorwärts und rückwärts, das heißt für deine Mutter, Großmutter, deine Tochter, Enkelkinder. Dann ist das im jetzigen Moment transformiert und nicht mehr da. Und ich habe so viele Sachen ausprobiert, eben auch die normale systemische Familienausstellung nach Hellinger. Und das nichts von dem, weil du nicht so eine klare Reinsicht bekommst, aber wenn du da sitzt mit mir in einem Zoom, du mir das erzählst und ich dir genau die Energie dahinter erkläre und wie sie wirkt und wie sie kreiert und wie sie generiert, dann gibt es bei dir einen Aha-Effekt nach dem anderen. Und schon allein ein Aha-Effekt ist Transformation, wenn du es erkennst. Und deswegen gibt es jetzt noch zwei freie Plätze im Moment für dieses Sonderangebot Energetische Familienausstellung. Wir machen das via Zoom. Du brauchst drei Stunden Zeit. Wir schauen deine Familienausstellung an. Wir schauen die Leute, die Personen, wie die energetisch zusammenwirken, was du von denen übernommen hast an Information und wie das sich im Außen zeigt und in deiner Welt generiert. Und das ist ein absolut fantastisches Tool. Und das möchte ich dir zur Verfügung stellen und mit dir eine Fashion machen, wenn du bereit bist. Weil es wird dein ganzes Leben verändern. Und ich kann nur sagen, aus meiner eigenen Geschichte war das so tief in mir, diese Sache immer wieder verlassen zu werden, fallen gelassen zu werden, nicht unterstützt zu werden, am Schluss alleine dazustehen. Und ich habe mir das so, so oft kreiert und ich habe mir das so oft generiert. Und es waren so viele Menschen da, denen ich vertraut habe und die mich fallen gelassen haben, und die mich dann alleine gelassen haben, wo ich dann hinterher wieder dastand und dachte mir, ja gut, ist doch keiner für mich da. Bin immer doch nur ich diejenige. Bin immer ich der Arsch. Bin immer ich, der die Kohlen aus dem Feuer ziehen muss. Bin immer ich, die sich um alles kümmern muss. Und erst als ich das erkannt habe und transformiert habe, mir ein neues Selbstbild, ein neues Selbstkonzept zugelegt habe, habe ich genau diese Leute anziehen können in meinem Leben, die 100% hinter mir stehen, die da sind. Und wo ich auch ein gutes Gefühl habe, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich nicht ausgeliefert fühle, wo ich mich nicht schlecht fühle, sondern wo die ein Teil von mir sind. Und deswegen kann ich euch das nur ans Herz legen, diesen Überblick euch mal generieren zu lassen. Es wird aufgezeichnet, um zu sehen, was läuft da bei mir noch? Was ist da noch aktiv, ganz, ganz tief drin? Was ist die treibende Energie? Was ist die treibende Annahme? Was ist die treibende Überzeugung, die mich immer wieder in Situationen führt und bringt, in denen ich mich nicht wohlfühle, in die ich überhaupt nicht reinrutschen möchte? Und wenn du es für dich machst, machst du es gleichzeitig für deine Liebsten, wie gesagt, für deine Kinder, für deine Enkelkinder, aber gleichzeitig auch für deine Eltern oder deine ganze Familie im Umfeld. Weil wenn du dich veränderst, verändert sich alles in deinem Leben, alles, was zu deinem Leben gehört. Also es ist auf jeden Fall den Aufwand wert. Es ist den Zeitaufwand wert. Es ist es wert, dass du dich hingibst, dass du hinschaust, damit diese Dinge transformieren und du endlich die Wünsche bekommst und manifestieren kannst, die du wirklich hast. Also es ist Zeit. Wir leben alle nicht unendlich. Wir haben eigentlich auf nichts zu warten. Wir wissen nicht, wie lange diese Reise hier auf diesem Erdboden ist und ich bin mir ganz sicher, dass wir dafür hier sind, um das Geilste, das Beste, das Schönste, das Leichteste, das Geliebteste, das Liebendste Leben auf Gottes Erdboden für uns zu generieren und kreieren. Also in diesem Sinne, schreib mir, wenn du dich interessierst, es gibt im Moment zwei Plätze, weil für mich ist das auch kein so, ja, ja, das mache ich mal schnell, sondern ich gehe mit dir wirklich ganz, ganz tief und deswegen mache ich da nicht Fließbandarbeit. Und deswegen solltest du dir vielleicht überlegen, ob du dieses tolle Angebot annimmst, denn auf Basis von dem habe ich immer wieder gesehen, wie sich für die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, wirklich alles verändern konnte. Wenn du dich veränderst, wenn sich deine Ansichten verändern, wenn sich deine Geschichte verändert, wenn sich deine Überzeugungen verändern, erst dann verändert sich dein Leben. Alles Liebe und bis dann.